Musik Nach einem kurzen Flug, knappe zwei Stunden beispielsweise von Wien oder München aus, landen Sie auf Corfu, der zweitgrößten der ionischen Inseln Griechenlands. Corfu liegt südöstlich des italienischen Stiefelabsatzes. Im Mai genießen Sie im Durchschnitt neun Sonnenstunden am Tag bei circa 25 Grad in der Luft und 18 Grad im Wasser. Mit einem organisierten Transfer erreichen Sie in einer Stunde das Seminarzentrum in Agios Stephanos im Nordwesten der Insel. Sie beziehen Ihr Apartment oder Ihren Bungalow. Von fast allen Zimmern genießen Sie einen einzigartigen Blick auf die Bucht und die vorgelagerten Inseln. Die Küchen-Crew verwöhnen Sie mit exzellenten vegetarischen Speisen aus dem Garten des Landes. Auf Wunsch auch mit Fisch und Fleisch in Bio-Qualität. Frühstücksbuffet und ein abwechslungsreiches dreigängiges Abendmenü in Buffetform sowie Getränke sind im Preis inkludiert. Unser Seminar findet im Seminarhaus in energiereicher Atmosphäre am nordwestlichsten Punkt der Ioneninsel statt. In 20 Seminarstunden verteilt auf fünf Tage erlebst Du Dich wieder selbst. Durch Meditationen, Energieübungen, Aufstellungsarbeit, Mantanka, Intuitionstraining und vielem mehr bringst Du Deine innere Kraftquelle wieder zum Sprudeln. Das Seminarprogramm wird individuell auf Dich und die Gruppe abgestimmt. Genieße jede Minute und nimm Dir frischen Schwung und Lebensfreude von dieser Reise für Dein Leben mit. Du bist herzlich Willkommen! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018